Muss es wirklich der TM6 sein oder reicht vielleicht auch das Vorgängermodell der TM5? Heute gehen wir mal genau dieser Frage nach und checken die beiden Thermomix-Modelle hinsichtlich Funktionsumfang und auch Zubehörumfang genauestens ab. Wenn du dich fragst, welches Modell passt besser zu dir, dann solltest du dranbleiben. Wir checken hier heute alles ab, wir fangen an und los! Das sind sie also, unsere zwei Vergleichsobjekte. Links der TM5, der bereits 2014 erschienen ist. Kann er sich gegen das aktuelle Modell TM6 behaupten und lohnt sich ein Upgrade? Dann fangen wir mal an und gucken uns die beiden Thermomix-Modelle mal genauer an. Ich nehme die mal ein bisschen näher zusammen. Was als erstes auffällt, ist natürlich die Displaygröße. Der TM5 hat ein 4,3 Zoll großes Display, der TM6 hat ein 6,8 Zoll großes Display. Und wenn man sich hier das mal anschaut, dann haben wir hier beim TM5 so ein paar Symbole. Hinter den vier Hauptauswahltasten befindet sich eine Art Homebutton, ein Schnellzugriff auf die Waage fürs Knet- und Turbo-Programm und eine Wahl zwischen Links- und Rechtsdrehlauf, also die Drehrichtung des Mixtopf-Messers. Und mit einem Klick auf die drei Striche oben links gelangst du ins Hauptmenü, wo du zum Beispiel auf die Rezepte zugreifen kannst. Doch dazu gleich mehr. Beim TM6 haben wir diese Vorauswahl nicht auf dem Display, wie bei dem 5er, sondern hier versteckt sich alles quasi in dem Display. Und hier geht es auch schon los. Die Auswahltasten befinden sich alle im digitalen Menü. Sie lassen sich dadurch anpassen und können aktualisiert werden. Somit ist außerdem eine individuelle Konfiguration möglich. Aber nicht so schnell, dazu gleich mehr. Neben den Displays und den sich dahinter verborgenen Funktionen gibt es noch weitere optische Unterschiede. Zum Beispiel hier, wir gucken uns mal die Seite an der beiden Thermomix-Modelle. Der TM5 hat einen Cookkey an der Seite. Was sich dahinter verbirgt, das zeige ich dir gleich. Außerdem gibt es hier bei den Drehreglern ein paar Unterschiede. Dieser Drehregler des TM5, der macht ganz schön Lärm. Der Drehregler des TM6, sanft wie eine Feder. Ansonsten gibt es kaum optische Unterschiede der beiden Modelle. Die Gehäuse sind auf jeden Fall identisch. Und neben den optischen Unterschieden gibt es auf jeden Fall noch Zubehörunterschiede. Die gucken wir uns jetzt mal an. Mitgeliefertes Zubehör beim TM5. So, was haben wir denn da? Also Spatel, Rühraufsatz, ein Garkörbchen und den Varoma-Behälter nebst Einlegeboden. Der Mixtopf gehört natürlich auch zur Erstausstattung. Und der TM6 hat sich das Zubehör vom TM5 geklaut? Nicht ganz. Die Unterschiede liegen im Detail. Das Garkörbchen hat einen Deckel, der Spatel hat vorne eine flexiblere Spitze. Und außerdem gibt es noch was dazu. Und zwar... Ja, der Lieferumfang der beiden Thermomix-Modelle ist fast identisch. Es gibt so ein paar Unterschiede. Zum Beispiel liegt dem TM6 ein Spritzschutz bei. Und es gibt einige Rezepte bei CookieDoo, die besagen, dass man das Garkörbchen als Spritzschutz auflegen soll. Das betrifft unter anderem Rezepte, die für den TM5 auch geeignet sind. Da soll man also dieses Garkörbchen oben drauflegen als Spritzschutz. Aber das geht auch viel besser, weil das Teil sauber zu machen ist immer viel zu aufwendig. Hier, das ist ein kleiner Spritzschutz. Der wird oben drauf gelegt und schon kann es losgehen. Kurz nochmal zurück zum Garkörbchen. Links das Garkörbchen des TM5 ohne Deckel und rechts das Garkörbchen des TM6 mit dem Deckel. Aber was bringt der Deckel überhaupt? Im Splitscreen gibt es die Auflösung. Einerseits dient der Garkorbdeckel als Begrenzungshilfe. Füllst du das Garkörbchen zu voll, gelingt eventuell die Zubereitung nicht optimal. Außerdem dienen die Schlitze am Deckel dazu, dass noch genügend Dampf nach oben austreten kann, wenn du im Varoma-Behälter dünstest. Herausnehmen lassen sich beide Garkörbchen mit Hilfe des Spatels problemlos. Der Deckel bietet beim Abgießen sogar nochmal zusätzlichen Halt. Wie Theodor Fontane eins schon sagte, der Zauber steckt immer im Detail und tatsächlich kleine Unterschiede mit großer Wirkung. Der Messbecher des TM5 wird locker auf den Mixtopfdeckel gelegt. Dadurch kann es schon mal vorkommen, dass er sich beim Kochvorgang bewegt. Und weil es so schön ist, nochmal der Splitscreen. Der Messbecher des TM6 bietet dagegen festen Halt. Hinsichtlich Genauigkeit der Waage unterscheiden sich die beiden Thermomix-Modelle auch voneinander. Der TM5 kann nämlich nur in 5 Gramm-Schritten messen. Das zeige ich dir mal hier am Beispiel von so ein bisschen Wasser. Im Gegensatz der TM6. Grammgenaues Wiegen gibt es nur mit dem TM6. Temperaturunterschiede zwischen TM5 und TM6. Wir gucken mal, auf welche Temperatur sich der Regler beim TM5 drehen lässt. Bei der 120 Grad bzw. Varoma, das stimmt nicht so ganz. Der TM6 hat auch eine Anbratfunktion, die aber nur in dem Guided Cooking über CookieDoo wirklich richtig zum Tragen kommt. Dann kann der TM6 sogar bis 160 Grad anbraten bzw. sogar karamellisieren. Mixtopfvergleich optisch nicht wirklich zu unterscheiden. Lediglich an der Unterseite des Messers gibt es farbliche Unterschiede. Aufgrund der gerade genannten Temperaturunterschiede ist der Mixtopf des TM5 jedoch nicht für den TM6 verwendbar. Das Display des TM6 ist nicht nur größer und dadurch besser lesbar, es bietet auch ein paar nette Zusatzfunktionen. Wusstest du, dass du zum Beispiel durch langes Tippen die eingestellten Werte auf 0 setzen kannst? Beim TM5 funktioniert das Zurücksetzen nur über den Drehregler. Und apropos Display, die Funktionen des Thermomix, die über das Display wählbar sind, haben es in sich. Der TM5 bietet Kochen, Mixen, Dampfgaren, Wiegen, Malen, Zerkleinern, Schlagen, Vermischen, Rühren, Kneten, Kontrolliertes Erhitzen und Emulgieren. Der TM6 bietet all das natürlich auch plus Sous Videgaren, Fermentieren, Slow Cooking, Anbraten, Karamellisieren, Vorspülen, Reiskochen, Pürieren, Andicken und Eierkochen. Außerdem können weitere Funktionen für den TM6 durch Updates hinzugefügt werden. Kommen wir jetzt zum größten Unterschied dieser beiden Thermomix Modelle und das ist meiner Meinung nach absolut das Herzstück des TM6. Aber wir gucken uns noch einmal den TM5 an und zwar, du siehst hier, das ist dieser Cookie an der Seite. Mit dem Cookie kannst du Rezepte synchronisieren in der Cookie-Do-App. Du musst also jedes Mal Rezepte raussuchen, die dann mit dem Cookie synchronisieren und dann kannst du auf das Guided Cooking zugreifen. Das ist also ein bisschen umständlich, weil immer so dieser Synchronisations-Step dazwischen kommt. Der Cookie muss außerdem immer mit dem TM5 verbunden sein, um auf die Rezepte zugreifen zu können. Ohne Cookie fehlt dem TM5 ein riesiger Mehrwert. Nicht nur das. Und? Da kommt jetzt der TM6 ins Spiel. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich mir damals den TM6 zugelegt habe. Der ist vollumfänglich mit dem Internet verbunden. Und du hast dir das komplette Cookie-Do-Rezeptportal auf dem Thermomix drauf. Einmal mit dem Wisch zur Seite gelangst du zu Cookie-Do und du hast jetzt Zugriff auf aktuell über 10.000 Rezepte. Alles mit dem Guided Cooking Programm. Und ich finde, wenn man auf dieses Guided Cooking steht und angeleitet die perfekten Rezepte und die perfekten Gerichte nachkochen möchte, dann ist der TM6 auf jeden Fall die richtige Wahl, weil das das Herzstück dieses Modells ist. Meiner Meinung nach. Die komplette Cookie-Do-Rezeptbibliothek auf dem Thermomix zu haben ist wirklich cool. Hier, wir gehen einfach auf diese drei Symbole im oberen Displayrand. Im Cookie-Do-Menü kannst du beispielsweise auf deine Merkliste zugreifen, also Rezepte, die du auf deinem Handy in der App markiert hast. Des Weiteren kannst du individuelle Rezeptlisten erstellen, also zum Beispiel Frühstück, Mittagessen, Dips oder du benennst sie nach den Personen in deinem Haushalt. So hat jeder seine eigenen Lieblingsrezepte schnell parat. Die Möglichkeiten sind enorm. Ein weiterer Vorteil des TM6. Es gibt videoangeleitete Rezeptschritte. Der TM6 kann also auch Videos inklusive Ton abspielen. Diese kann ich leider aus urheberrechtlichen Gründen nicht zeigen. Sie funktionieren aber wirklich richtig gut. Durch die Internetfähigkeit des TM6 ist hier definitiv denkbar, dass in Zukunft immer mehr Rezepte um videoangeleitete Schritte erweitert werden, damit das Kocherlebnis noch größer wird. Thema Zubehör für diese beiden Thermomix-Modelle. Wie sieht es denn da überhaupt aus? Am Beispiel vom Gemüsesteiler. Also im Prinzip ist es so, dass Zubehör, das für den TM6 geeignet ist, ist auch für den TM5 geeignet. Und umgekehrt, weil die beiden Mixtöpfe oder Geräte ja wirklich sehr, sehr ähnlich aussehen. Also Gemüsesteiler wird einfach eingesetzt, da kann es losgehen. Und beim TM6 genauso. Da haben wir keine Probleme, wenn du Zubehör für den TM5 suchst oder für den TM6 kein Problem, das passt. TM5 oder TM6, das war die Frage des heutigen Tests. Für mich das Hauptargument für den TM6 ist Cookie-Doo auf dem Gerät per WLAN. Darauf möchte ich nie wieder verzichten. Wie siehst du das? Hast du das Upgrade gemacht auf den TM6 und hat es sich gelohnt? Das sag uns doch mal gerne unten in den Kommentaren. Das war es jetzt von mir. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.